Ja, brisant am Dienstag. Schön, dass Sie sich auch heute Zeit für uns genommen haben. Herzlich willkommen zur Sendung. Ein Motor heult auf, Räder quietschen und es kracht dann gewaltig. Mit einem gestohlenen Auto durch das Schaufenster, so haben Räuber eine Edelboutique in Hamburg überfallen. Die Beute hochwertig, wie man sich gut vorstellen kann.